Das ist der Peter Steininger, ich bin der Vincent Helmreich und dies ist Outdoor Fitness Freistaat. Ja, wir machen ganz traditionelles Kraft-Dreikampf-Training oder wie man heute sagt, Powerlifting. Außerdem machen wir Kalisthenik und Bodenwirt. Und wir machen Crossfit. Ah, nicht Crossfit. CROSSFIT! Außerdem steht noch Zirkeltraining und Leichtathletik am Programm. Ja, wir machen Powerlifting und Strongman Training. Und Badet-Dreik noch mal. Ja, wir machen. Ja, wir machen. Outdoor Fitness Freistaat steht für Zusammenhalt Teamwork Motivation Kraft und Stärke Fokus. Spaß. An die eigenen Grenzen gehen. Vielfältigkeit. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.